Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich hätte jetzt Lust auf eine richtig schöne Action-Szene. Das hier ist so eine, aus dem Film Taken 3. Brian Mills soll hier gerade ein Mord angehangen werden. Also flieht er vor der Polizei, springt über Dächer, hetzt durch engste Häusergassen und … und … eigentlich erkennt man hier gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Hinten, vorne Szenen, die aus zwölf verschiedenen Kamerawinkeln gedreht wurden. Absolutes Chaos. Aber woran liegt diese Verwirrung? Was genau macht Taken 3 falsch? Nun machen wir uns doch mal die Mühe und zählen die Schnitte in dieser Sequenz. Und Stopp! Das waren 25 Schnitte in genau zehn Sekunden. Also mehr als doppelt so viele, wie dieser Clip überhaupt sekundenlang war. Als Gegenbeispiel lasse ich einfach mal eine meiner Lieblings-Szenen aus Terminator 2 laufen. Ebenfalls eine Fluchtsequenz. Stopp! Ob ihr es glaubt oder nicht, das waren ebenfalls zehn Sekunden. Action-Filme haben sich in den letzten zwei Dekaden gravierend verändert. Spätestens seit den Filmen der Jason-Borne-Trilogie ist ein Ruck durch Hollywood gegangen. Weil es einmal funktioniert hat, dass Action-Filme so aussahen, haben das plötzlich alle anderen adaptieren wollen. Ohne zu verstehen, wie man es eigentlich richtig macht. Viele Regisseure verwechseln mittlerweile die Menge an Schnitten mit echter Dynamik. Noch viel häufiger neben künstlerischem Unvermögen heißt das Problem aber wie immer Geld. Oder schlimmer, Faulheit. Warum das so ist und ob für den Action-Film wirklich schon das letzte Stündchen geschlagen hat, verrate ich euch jetzt. Der Action-Film ist in der Filmgeschichte eigentlich ein blutjunges Genre. Früher dominierten Abenteuer-Filme die Leinwände. Western oder Science-Fiction. Wenn Errol Flynn in Herde sieben Meere zum Entern auf ein Schiff ansetzt, dann war das große Spektakel. Aber immer nur ein kleiner Teil. Irgendwo zwischen vielen Dialogen und schmachtenden Blicken. Wenn ein Film aber mit großer Action gesegnet war, dann wurde die immer möglichst prachtvoll in Szene gesetzt. In weiten, klaren Einstellungen. Auch weil sie wahnsinnig teuer war. Warum sollte man seine großen Schlüsselmomente also nicht auch angemessen präsentieren? In Asien wurde zur selben Zeit das Martial-Arts-Kino immer populärer. Und wenn da zwei Kontrahenten aufeinandertrafen, dann hielten die Regisseure drauf. Immerhin konnte man auf die Fähigkeiten der Darsteller vertrauen, die oft selbst Kampfsportler waren. Die großen Action-Klassiker unserer Zeit adaptierten dieses Vorgehen. In Lethal Weapon, Stürb Langsam oder Total Recall ist immer und jederzeit klar zu erkennen, was da eigentlich gerade passiert. Und das nicht nur, wenn die Fäuste flogen. Auch bei Explosionen. Oder wenn Mel Gibson mal eben ein Auto zu Fuß verfolgt. Heutzutage sieht so eine Verfolgungsjagd so aus. Ich glaube, es ist fast unmöglich, in der Geschichte des Films noch eine Szene zu finden, die derart beschissen gefilmt ist. Wo soll da Spannung aufkommen? Eigentlich braucht man nur mal hinter die Kulissen von Tekken 3 zu blicken, um zu verstehen, wo das Problem beginnt. Seht ihr diesen kleinen Bildschirm da oben? Das ist das, was ihr hinterher auf der Leinwand seht. Wenn man Action so inszeniert, muss man sich über dieses Ergebnis doch nicht mehr wundern. Aber genau so sehen Filme dieser Art immer und immer wieder aus. Dabei widerspricht das eigentlich allen Grundregeln des Filmemachens. Die Kamera kann im Film wie ein zusätzlicher Charakter funktionieren. Und sie dient als Orientierung für den Zuschauer. Bewegt sich die Kamera, dann hat das einen Grund. Ein Zoom kann zum Beispiel Spannung intensivieren. Oder die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf ein Detail lenken. Dementsprechend behutsam müssen Filmemacher mit den Möglichkeiten der Kamera umgehen. Wenn man aber lieber verbergen will, dass Liam Neeson erstens kein Kampfsportler ist und zweitens nicht mehr der Jüngste, macht man das hier. Die Kamera wird hier möglichst nah ans Geschehen gerückt, damit man dem Zuschauer irgendwie vorgaukeln kann, dass da gerade gekämpft wird. Dann ein paar schnelle Schnitte und Schwenksreihen und ja, irgendwas passiert da halt gerade. Eines der schlimmsten Beispiele dieser Art muss man in Star Wars Episode 2 erdulden. Da treffen im großen Finale Anakin Skywalker und Count Doku aufeinander. Und ich dachte mir im Kino damals, wow, jetzt geht's endlich los. Was dann aber losging, war das hier. Okay, nun muss man sagen, Christopher Lee ist ein wirklich alter Mann. Dem das Fechten beizubringen oder eine Choreografie einzubläuen, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber von einem modernen Film sollte man das doch schon irgendwie erwarten können, oder? Das hier ist geradezu brandneu. Mile 22. Im vergangenen September in den Kinos gestartet. Hauptrolle Mark Wahlberg, Nebenrolle Iko Owai. Ein Kampfsportler, den ihr wahrscheinlich schon mal im Martial-Arts- Geniestreich The Raid gesehen habt. Heißt, wenn einer großartige Kampfchoreografien drauf hat, dann der. Ja, dann schauen wir uns doch mal einen dieser Momente an. Ja, das, meine Damen und Herren, ist Mile 22. Ein wüstes Schnittmassaker, bei dem man nahezu gar nichts erkennt. Kein einziger Schlag kommt durch, ohne dass er durch einen Schnitt wieder unterbrochen wird. Viel schlimmer ist, dass durch die Art, wie geschnitten wird, jegliche Wucht verloren geht. Zum Teil fehlen ganze Bewegungen. Selbst wenn man die Geschwindigkeit stark herunterdreht, ist das hier ein absoluter Clusterfuck. Wenn ich nicht wüsste, dass Iko Owai es besser kann, würde ich es hiernach wohl nicht glauben. Zum Glück gibt es aber The Raid 2. Für mich immer noch einer der besten Actionfilme, die je gedreht wurden. Der Regisseur Gareth Edwards hat über Monate mit einer Crew aus begnadeten Choreografen und Stuntman ein wahres Ballett der Gewalt geschaffen. Und erzeugt so Momente wie diesen. Gareth Edwards hält eine Einstellung, solange es geht. Und wenn er die Kamera bewegt, dann macht er das Ganze bewusst, um die Bewegungen und Schläge seiner Darsteller zu intensivieren. So ergibt sich ein regelrechter Rhythmus, der einem im Finale des Films förmlich den Atem raubt. Die Sache ist, solche Action zu drehen, kostet wochenlange Vorbereitung und Planung. Für diese Prügelei innerhalb einer Toilette ließ Edwards zum Beispiel extra bewegliche Wände bauen, weil er die Kamera unbedingt um die Akteure kreisen lassen wollte. So etwas filmt man nicht mal soeben nebenbei. Weil Planung aber Zeit benötigt und Zeit in Hollywood Geld kostet, verzichten viele Filmemacher darauf, ihre Action-Szenen durchzuplanen. Das Schlimmste ist, bei Mile 22 hat es nicht am Budget gelegen. Mit 50 Millionen Dollar hat der Film mehr als das Zehnfache von The Raid 2 gekostet. Nein, hier ist das Grundproblem ein ganz anderes, nämlich Faulheit. Im Behind-the-Scenes-Material kann man sehr gut sehen, wie die besagte Kampfszene entstanden ist. Gleich drei verschiedene Kameramänner Film in den Raum hinein, alle in unterschiedlichen Einstellungen. Statt also auf eine gute Choreografie zu setzen, sucht man sich im Schnitt hinterher einfach die passende Szene raus, schneidet das irgendwie zusammen und fertig. Plumper kann man Action kaum verwirklichen. Ist die Zeit der guten Action-Filme vielleicht einfach abgelaufen? Um die Frage zu beantworten, gehen wir am besten einfach nochmal zurück zu Taken 3 und Terminator 2. Denn ehrlich gesagt ist Terminator 2 vielleicht auch ein eher unfaires Beispiel gewesen. Immerhin ist Terminator 2 über 25 Jahre alt. Das Kino hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich stark verändert und mit ihm die Sehgewohnheiten. Nehmen wir besser einen aktuellen Film. Das hier ist Mission Impossible Fallout, ganz frisch aus 2018. Und da gibt es eine Verfolgungsjagd wie in Taken 3. Gucken wir doch also mal, wie viele Schnitte in 10 Sekunden es da gibt. Okay, ich habe geschwindelt. Das waren jetzt sogar 18 Sekunden ohne einen einzigen Schnitt. Es geht also auch anders. Mission Impossible ist auch deshalb ein gutes Beispiel, weil hier eher selten die Fäuste zum Einsatz kommen. Selbst Waffen werden kaum abgefeuert. Die Reihe ist bekannt für ihre aufwändigen Stunts an Häuserfassaden, mit Flugzeugen und besonders gerne in Fahrzeugen. Das hier ist eine Verfolgungsjagd aus dem letzten Teil, die in atemberaubendem Tempo durch die Pariser Innenstadt führt. Und die ist schon allein deshalb ein echter Hingucker, weil man jederzeit erkennt, was da eigentlich passiert. Damit das funktioniert, muss man aber penibel auf etwas achten, was man in Fachjargon Szenengeografie nennt. Damit der Zuschauer nicht den Überblick in schnellen Szenenabfolge verliert, muss man ihm immer wieder Anhaltspunkte geben, wo sich die Protagonisten befinden, wo sie hinwollen oder wer sie verfolgt. Der James Bond-Streifen Ein Quantum Trost gilt als Paradebeispiel dafür, wie man es nicht macht. In dieser Sequenz ist mit dem bloßen Auge gekommen, zu erkennen, wo sich Bond genau befindet. Hier wirkt es sogar so, als würde er direkt in einen Laster krachen, weil man nicht bemerkt, dass er in der Millisekunde davor noch schnell abgebogen ist. Aber, und ja, damit haben wir endlich auch mal ein positives Beispiel. Mission Impossible Fallout verliert selbst in haarsträubendsten Situationen wie hier, kilometerhoch in der Luft, nie den Überblick. Wer da am Kino sitzt, ist nicht verwirrt, sondern begeistert. Der großartige Mad Max Fury Road behilft sich noch mit einer anderen Technik. Obwohl hier ständig der Bildschirm förmlich zu explodieren droht, verliert man als Zuschauer nie die Übersicht. Dank eines Tricks, dem sogenannten Centerframing. Schnelle Bildabfolgen zwingen das menschliche Auge, den Bildschirm immer wieder nach relevanten Informationen abzusuchen und ans Gehirn weiterzuleiten. Wechseln die Bilder schneller als der Prozess verarbeitet werden kann, fühlen wir uns schnell orientierungslos und das, was wir sehen, wirkt eher verwirrend als spektakulär. Mit dem Centerframing versucht man das zu umgehen, indem man den wesentlichen Bildabschnitt, in dem Fall also die Action, immer um die Mitte des Bildes anordnet. Legt man wie hier mal ein Fadenkreuz über das Bild, wird schnell klar, was gemeint ist. Egal wie schnell das Geschehen abläuft, das Auge der Zuschauer muss so nie nach den Darstellern, Gegenständen oder anderen Elementen suchen. Und natürlich gibt es dazu auch wieder das passende Gegenbeispiel. Denn obwohl sich an diese Regel der überwiegende Teil der Regisseure zu halten versucht, werden viele schnell fahrlässig oder zerstören die Grundordnung des Bildes doch letztlich wieder mit einem schnellen Kameraschwenk. Man of Steel versucht zum Beispiel verzweifelt die Protagonisten irgendwie im Bildzentrum zu halten, bis dann wieder irgendwer durch ein Gebäude geboxt wird und keiner mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und angefangen hat vieles davon mit ihm hier. Das ist Michael Bay. Den kennt ihr höchstwahrscheinlich als Regisseur der Transformers-Filme, also eine Reihe, die irgendwann dafür berüchtigt wurde, dass man von ihr förmlich erschlagen wurde. Dabei war Transformers nur der bisherige Höhepunkt in Bays Karriere. Von Bad Boys über The Rock oder Armageddon, Bay war nie ein Mann der leisen Töne. Um mal zu verdeutlichen, wie sehr sich Bay's Stil in unseren Köpfen festgesetzt hat, habe ich eine kleine Quizfrage. Aus welchem Film von Michael Bay stammen diese Szenen? Oder diese? Ha, verarscht. Ist gar kein Film, sondern Werbung. Bay war lange vor seinen Engagements als Filmschaffener bereits ein großer Name in der Werbeindustrie. Galt dort sogar als Wunderkind. Auch weil Michael Bay die Prinzipien der Branche verstand wie kaum ein Zweiter. Michael Bay hat sein Handwerk in einem Industriezweig gelernt, dem es egal ist, ob Dinge eine zweite Ebene haben. Oder Tiefe. Oder Charakter. In Bays Filmen dient die Kamera nicht der Narrative. Sie ist einzig und allein dafür da, schöne Dinge noch schöner aussehen zu lassen. Und irgendwie weiß Bay ja auch, dass er sein Publikum mit zwei Stunden Vollangriff auf die Netzhaut völlig überrollt. Und deshalb baut er die Bremse in fast jede Action-Sequenz gleich serienmäßig mit ein. Hier, so sieht nahezu jeder seiner großen Action-Momente aus. Zeitlupen, mehr Zeitlupen und noch mehr Zeitlupen. Würde man die Transformers-Filme in normaler Geschwindigkeit abspielen, wären einige davon womöglich nach 50 Minuten wieder vorbei. Aber anders geht's ja kaum. Dafür sind die Bilder viel zu voll mit Details und Schrapnellen und Menschen und Funken. Auch hier haben andere Filmemacher ganz genau hingesehen. Nach Bay gab es selbst in Trash-Filmen wie der Resident Evil-Reihe nahezu keinen Moment mehr, der in normaler Geschwindigkeit ablief. Die wichtigste Zutat für gute Action ist letzten Endes aber gar keine spezielle Kameratechnik oder irgendein Trick, sondern etwas, das man nicht mit dem Computer erzeugen kann. Nämlich Herzblut. Was das Medium jetzt braucht, sind junge Filmemacher, die Bock darauf haben, mit den Möglichkeiten und Grenzen zu spielen. Und die gibt es zum Glück. Wie zum Beispiel Ryan Coogler, der sich das irre Ziel gesetzt hat, die Kampfszenen in Creed als Plansequenz ohne Schnitt zu inszenieren. Und genau deshalb sind die unglaublich wuchtig und ziehen den Zuschauer förmlich in den Ring. Oder David Leitch und Chad Stahelski, auf deren Konto ein paar der tollsten Action-Momente der letzten Jahre gehen. Die atemberaubend choreografierten Kampfszenen in Atomic Blonde oder die John Wick-Reihe. Die ersten beiden Teile eroberten die Kinos förmlich im Sturm. Klar, das war auch ganz viel Keanu Reeves Charisma und ein bisschen die faszinierend geheimnisvolle Welt, die der Film erschuf. Aber sind wir ehrlich, abgesehen von Mission Impossible oder Mad Max gab es im US-Kino seit Jahren keinen so guten Action-Film mehr. Und schon der Trailer von John Wick 3 ist wieder deutlich besser geschnitten als so mancher fertige Action-Film. Diese Szenen sind auch einfach deshalb möglich, weil Keanu Reeves Monate vorher für den Film mit ehemaligen Navy-Seals trainiert, seit Jahren aktiv Kampfsport betreibt und viele Stunts selbst ausführt. So muss nicht jedes Mal, wenn sein Stunt-Double einspringt, umgeschnitten werden. Als Konsequenz wirken die Fights deutlich klarer. Und das zu erreichen ist nun mal einfach viel Arbeit. David Leitch und Chad Stahelski wissen das vielleicht besser als viele andere. Immerhin haben beide über Jahrzehnte selbst als Stuntman gearbeitet. Stahelski war sogar das Body-Double von Keanu Reeves am Set von Matrix 1. In einer gerechten Welt wäre er hier zum Beispiel längst ein gefeierter Star. Das ist Scott Adkins, der gemeinsam mit Regisseur Isaac Florentine seit Jahren ein paar der besten Action-Titel aller Zeiten dreht. Nur hat davon kaum jemand mitbekommen. In Filmen wie Ninja oder der Undisputed-Reihe macht Scott Adkins sowas hier. Oder sowas. Völlig nachvollziehbar, ohne Kamera gewackelt, ohne Schnittmassaker. Nur so haut Action richtig in die Magengrube. Aber weil wir in einer Welt leben, in der die Masse lieber so etwas sehen möchte, versauern Adkins Filme seit Jahren in den unteren Regalen der Videothek. Ich würde mir wünschen, dass diese Masse irgendwann mal aufwacht. Action-Szenen wie diese sind nicht modern. Sie sind nicht jugendlicher gefilmt. Und sie sind auch dann nicht besser, wenn man vorher zwei, drei Bierchen mit den Buddies gezischt hat. Szenen wie diese sind in erster Linie nur eines. Stinkend faul. Filme wie Taken 3 oder Mile 22 verwechseln, dass man Dynamik oder Kinetik nicht mit exzessivem Kameragewackel erzwingt, sondern durch präzises Timing und sorgfältige Planung mühsam erarbeiten muss. Nur muss man das auch schon irgendwie wollen. Und manchmal Opfer bringen. Wie Tom Cruise, der sich bei dieser Szene in Mission Impossible Fallout den Fuß gebrochen hat. Und dann sogar noch weiter rennt. Das nenne ich einen echten Action-Game.